Zum Preußenjahr 2015 zeigen wir hier dieses wunderschöne Doppelbildnis der Preußenprinzen. Links der Herr Friedrich Wilhelm von Preußen war Repräsentant des Preußischen Hofes hier in Düsseldorf und lebte am Jägerhof, rechts sein Halbbruder Wilhelm zu Solms Braunfels. Sie beide repräsentieren den Preußischen Hof mit Blick auf den Rhein. Und der Porträtist ist ein ganz berühmter Maler, Wilhelm von Schado. Er ist der Direktor der Königlich-Preußischen Kunstakademie hier gewesen und Begründer der Düsseldorfer Malerschule. Sie beide sind im vollen Ornat gezeigt, in der sogenannten Kürassieruniform, die vornehmste Gattung der Preußischen Armee, die als einzige den Brustpanzer tragen durften. Und das Ganze ist eben eine ganz neue, tolle Kombination von traditionellem Uniformporträt, Herrscherbildnis, mit einem sehr emotionalen Freundschaftsbild, wo die beiden Brüder sozusagen sich gegenseitig ihre Freundschaft bekennen, aber eben auch als Bekenntnis der Bündnistreue an uns Rheinländer gerichtet, dass wir eben auch diese Bündnistreue einhalten sollen. Das ganze Bild ist sozusagen auf den Kreis ausgerichtet und im Zentrum. Das emotionale Herzstück sieht man hier auf dem blankgeputzten Kürassier. Die Schwurhand des Bruders spiegelt sich direkt am Herzen des Prinzen. Und wir sehen die Preußenprinzen mit dem Rücken zum Rhein links Burg Rheinstein, eine mittelalterliche Burg, die der Prinz erworben hat und damit sozusagen die Initialzündung für die Denkmalpflege und die Rheinromantik ausgerufen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.